Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Alice. Und weiter geht's, nämlich am 19. ist Tag der Minzschokolade und namens Tag haben Irma, Hedwig, Julian und Konrad. Am 20. ist Tag der sozialen Gerechtigkeit und namens Tag haben Falco und Jordan. Am 21. ist Internationaler Tag der Muttersprache und namens Tag haben Gunnhild, Irene und Petrus. Am 21. ist Sinking Day und namens Tag haben Isabella und Margareta. Am 23. ist Tag des Verteidiger des Vaterlands und namens Tag haben Otto und Thorsten. Der 24. Ida und Matthias. Der 25. Konstanze und Sebastian. Das war's auch schon und bis zum nächsten Video. Tschüss! Das war's auch schon. Erstmal, ich weiß, dass wir uns aus dem letzten Jahrhunderten CCp venneren. dass wir uns in der Halstunde Vielen Dank.